Sie sagen, die Aufklärung im Vorfeld wird gut sein bei den Israelis, man kommt da rein. Weiß man aber auch schon, wie man da wieder rauskommt? Gibt es ein Exit-Szenario? Also das Exit-Szenario ist sicherlich das, wenn Hamas besiegt ist. Ich glaube, das ist das oberste Ziel. Dieser bestialische Angriff, wie wir am 7. Oktober erlebt haben, der darf sich nicht wiederholen. Und ich denke mal, das ist den Israelis klar. Aber ich glaube, dass die Messlatte relativ hoch ist, was auch humanitäres Völkerrecht anbelangt. Ich habe das schon mal gesagt. Auch die Israelis werden sich an humanitäres Völkerrecht halten müssen. Insofern ja, die Exit-Szenario ist die, der Krieg ist beendet, wenn Hamas besiegt ist. Und ich glaube auch, was die israelische Regierung heute nach der Kabinettssitzung gesagt hat, nämlich, dass man gar nicht will, dass man dieses Gelände nachhaltig besetzt, sondern dass man dann, wenn es gut läuft, möglicherweise dort durchaus die Palästinenser weiter ansiedelt, aber dann unter einer anderen Kontrolle. Da bin ich auch sicher. Roland Kater, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen zu der vorstehenden Bodenoffensive. Gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und dann könnt ihr die mal hermahnen. Vielen Dank.